Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute wird es richtig wild, denn ich spiele heute ein Spiel, das What the Car heißt. Es ist noch eine Demo und es ist ein Action-Rennspiel mit einem Auto, aber mit nicht nur einem Twist, sondern ich glaube 50 Twists. Das wird so dumm, Leute. Ich habe schon wilde Sachen im Trailer gesehen, deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, und ich spiele das gerade live im Stream. Ihr könnt sehen, hier sind sehr viele Süßmenschen, die sind auch alle Hyped. Die sind alle Hyped. Guck mal hier, die haben schon ihre Autos mitgebracht. Also wenn du auch mal live dabei sein willst, dann schau auf jeden Fall auf Twitch oder auf TikTok vorbei. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Game. So, und los geht's. Car, car, car. Die feuern uns, glaube ich, alle an. Ich frage mich, ob man den Namen vielleicht sogar ändern kann, dass man nicht Car heißt. Bam. Okay, jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir haben auf... Ja, natürlich. Das ist ein völlig normales Auto. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir können richtig driften. Ich liebe es, wie es direkt losgeht. Wir haben gar nicht die Wahl. Dass es irgendwie nicht losgehen könnte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich komme von der Straße ab. Nur noch Beschleunigung. Oh mein Gott, die Bären. Ich liebe sie, wie sie uns halten. Ist jetzt schon wild. Können wir bitte kurz darüber reden, dass sämtliche Autosounds ein eingesprochene Sound sind? Dass sie einfach miau, miau, miau machen? Wie gut ist das? Das ist so witzig. Weiter geht's. Okay. Achso, wir werden jedes Mal aus so einer Rakete gelauncht. Perfekt. Ähm... Okay. Kann ich springen? Ah! Okay, okay, okay. Hä, das ist gar kein Problem. In einem Auto mit zu vielen Beinen, aber bisher finde ich das sehr unproblematisch. Ja, kein Problem. Oh mein Gott, ist das witzig. Ah! Oh nein, ich habe den Bären überfahren. Es tut mir so leid. Gut, dass sie Helme offen haben. Offen haben, muss man sagen. Gut, dass sie Helme aufhaben. Oh nein. Oh, jetzt. Was sagt Teddy? Deine Beine müssen echt müde sein. Hier, nimm diese Rakete. Habe ich die jetzt genommen? Habe ich sie nicht genommen? Ich hoffe, ich habe sie genommen. Catch your friends? Hä? Ach so, jetzt muss ich... Hm. Hup, wenn du Bären magst. Wir kommen zu spät zur Demo. Schnell, zur Bärenhöhle. Ich liebe auch den Hut, den er aufhört. Das ist einfach toll. Und los geht's. Bear with me. Ah ja, perfekt. Oh Gott, diese ganzen Wortspiele. Ah ja, okay. Jetzt haben wir die Beine, wir haben die Rakete und wir haben einen Bären. Oh, warte, was... Oh. Was war das gerade? Ah! Ah! Oh, oh, oh. Da haben wir keinen Boost bekommen. Naja, was soll's. Okay, das ist super funny. Was ist da gerade passiert? Das weiß ich nicht. Irgendwas ist da gerade passiert. Ah! Wie geil! Oh mein Gott, das jetzt mit VR-Brille. Was soll ich Achterwand fahren? Okay, geil. Was ist das jetzt? Ach süß! Das ist das Intro. What the car? Hä, wie cool. Wann das Giraffen? Das ist so lost, ne? Okay, hä? Demo. Ah! Ach so, wahrscheinlich gibt's später so eine Karte, wo man die unterschiedlichen Level dann sieht. Und wir gehen jetzt hier erstmal ins Demo-Level. So witzig. Mit Leertaste geht mal los. Ach so, das klappt einfach um. Wie funny. Hier entlang. Ich bin so aufgeregt, dir diese Demo zu zeigen. Nimm diesen Aufzug. Okay. Mach ich. Ist das eine Waschstraße? Das sah gerade aus wie so eine Waschstraße. Habt ihr das gesehen? Erst wussten sie nicht, wenn man Golf spielt. Jetzt wissen die Entwickler nicht, wie die Rennspiele gehen. Ja, es gibt auch noch ein Spiel, oder? Es gibt What the Car, What the Golf und es gibt noch eins, glaube ich. Hey du, wir haben diese Demo aus ein Paar von unseren Lieblingsstellen des Spiels zusammengestellt. Viel Spaß! Okay. Ich lieb's wie der Bär da oben chillt und die anderen ihn anfeuern. Okay. Das ist so Mario-mäßig, ne? Okay, let's go. Also bisher lieb ich's. Chaos Jumps. Okay. Okay, okay. Ah, ah, ah. Ui. Oh, das Handling ist gar nicht so einfach. Ich muss einen kleinen Jump an. Nein, 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 nein. Okay, ich hätte, ich hätte, ich dachte, ich muss einen kleinen Jump machen und dann mache ich einen großen Jump und dann geht's. Man muss halt springen, damit man überhaupt vorankommt. Das ist ein bisschen wild. So, ein klein. Nein, okay. Na doch, ich hab's aber. Was ist denn mit den Bären los? Darin war ich nicht... Ich muss erst mal ein Gefühl dafür bekommen, wie weit ich springen muss. Aber das ist ein bisschen pain jetzt. Ich wünsche, meine Beine wären nicht zu den Seiten, sondern ich könnte sie sinnvoller benutzen. Oh! Okay, so weit wollte ich gar nicht springen. Das ist gar nicht so einfach, das zu dosieren. Ich sag's euch, das sieht so einfach aus. Das ist gar nicht so einfach. Aber wir haben anscheinend eine goldene Krone geholt. So schlecht war es anscheinend nicht. Was macht der Bär da? Der wackelt da auf so einem Grät rum. Das ist auch sehr niedlich, ne? Okay, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wofür sind meine Beine jetzt gerade gut? Das sieht so ein bisschen aus. Oh! Mein Fuß! Nein, nein, nein. Ich wollte nur ein bisschen zur Seite. Ich kann mich halt auch nur drehen und nur springen. Mehr kann ich auch gar nicht machen, ne? Das ist wirklich... Toll! So ein bisschen erinnern mich die Beine an diese... Wie nennt man die? Diese Luftballonstatuen, die man manchmal an so Geschäften... Die stehen da so und die sind so... Die so umknicken und dann knobeln sie wieder so hoch. Wie heißt das? Wie nennt man das? Bin gespannt, was hier alles noch auf uns zukommt, ne? Also jetzt haben wir schon riesige Beine gehabt. Wir haben eine Rakete. Hier kann ich immerhin normal gehen. Das ist schon mal sehr gut. Und los! Tschödig! Ja, da kann ich einfach laufen. Ja, das ist doch gar kein Problem jetzt. Ui! Kann ich da... Süß. Ui! Also da sehe ich nicht die Schwierigkeit. Das ist ja... Das ist ja total tschödig. Oh lol! Was macht das denn? Kann ich hier so... Kriege ich hier ein Achievement? Ups! Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Das Handling ist ein bisschen schwer. Ich wollte mich drehen. Das hat nicht so gut geklappt. Leute, wir müssen doch auch mal vor Science... Müssen wir doch mal was ausprobieren. Ich wollte doch nur mal gucken, ob man da so rum kann. Aber das hat nicht so gut geklappt. Komm jetzt. Ich performe jetzt. Ich hätte das auch einfach solide zu Ende spielen können. Ich wollte doch nur mal kurz gucken, was das tut. Sieht halt sehr witzig aus. Hat mich ein bisschen angezogen. Wir halten uns da von lieber fern. Hallo, aus dem Weg! Oh, was sind das für Bananen? Ah, ich laufe ja trotzdem weiter. Warum laufe ich denn weiter? Ich habe jetzt erst realisiert, dass ich ja automatisch weiterlaufe. Oh, was ist das? Ich will das haben. Uh! Kann ich auch... Nee, ich kann nicht stehen bleiben, ne? Ui! Easy, gar kein Problem, Leute. Es liegt natürlich nur am Handling. Wenn ich was falsch mache, ist es nur das Handling. Spiel's doch selber mal. Ist ja schließlich eine kostenlose Demo. Ihr könnt's ja auch spielen. Habe Angst. Was kommt jetzt? Boost on Springboards. Ui! Oh, so schnell! Ich will gar nicht so schnell sein. Ui! Man kann die ja auch nicht nehmen, ne? Aber hier ist es eigentlich ganz geil, glaube ich, die zu nehmen. Das war knapp. Diese Sounds! Ey, das wäre mein Lieblingsjob gewesen. Diese Sounds einzusprechen. Ui, warum nur die silberne Krone? Aber das ist der witzigste Job. Du kommst von der Arbeit und dann, ja, was hast du gemacht heute bei der Arbeit? Ja, ich habe Auto-Sounds eingesprochen. Ich habe den ganzen Tag so... Ich kann auch richtig gut Auto-Sounds machen. Das war eher so ein... Formel-1-Wagen. Das war ein Trecker. Nee, ach komm, lassen wir das. Okay. Ist okay. Ich lasse das lieber mal, ne? So, rein da jetzt. Okay, let's go! Watercooler Jetpack. Bitte, was? Verliere ich Wasser? Muss ich Wasser aufladen? Ach, tatsächlich. Ich muss Wasser aufladen. Oh Gott, ich liebe die ganzen Ideen, die hier drin sind. Achtung! Kopf einziehen! Ui! Uiuiui! Ui! Ich liebe das. Ich will mir die Umgebung viel genauer noch angucken. Kann man... Meint ihr, man kann da so rüber? So, zu diesem Wasserspender, theoretisch. Ui! Oh, ich dachte, das wird knapp, aber nein. Ich bin natürlich Profi. Keiner. Ist ein bisschen gemein, dass man am Ziel... Stehen die da und machen gerade Mittag. Ist natürlich blöd, ne? Das tut mir natürlich auch sehr leid, aber da kann ich auch nichts machen. Wehe, das ist das letzte Level. Dann weine ich aber. Bitte nicht. Was ist das denn jetzt? Das ist so dumm. Ich liebe alles daran. Das ist so dumm. Oh. Oh. Ich liebe das Spiel sehr doll. Ich liebe es komplett. Es ist ja richtig dumm. Hä, wie witzig. Hier haben die so ein Wishlist-Ding. Da kannst du draufgehen und dann kriegst du wahrscheinlich... Öffnet sich der Link. Kannst du mal... Der hat da auch die Zeit seines Lebens hier, ne? Schau mal, wie schnell ich bin. Setz mich auf die Wunschliste! Oh Gott, der hat sich immer weggeheatet. Gott, ich liebe alles daran. Das ist ja so doof, ist das. Es ist so dumm, doof, lustig. Ich lieb's. Wirf der Giraffen? Oh Gott, was geht denn hier ab? Ich hatte halt wirklich Angst, dass sie jetzt schon vorbei ist. Aber wir haben noch ein paar Level zu spielen. Das ist so wild. Was passiert hier? Was bin ich sehend? Cars long. Oh mein Gott, ja. Wir fahren in Limo. Es ist so dumm. Ich lieb's. Ich lieb's. Wow. Oh mein Gott, es schlingert so sehr. Was ist das da? Oh, da komm ich gar nicht hoch. Okay, hier. Ui. Ui. Nein. Nein. Oh, da hätte ich hochgemusst. Oh verdammt. Oh nein. Oh, das ist wirklich das Schlingern so sehr hin und her. Vielleicht darf man die Giraffe da nicht rauslassen. Wie soll ich denn die Kurve gleich hinbekommen? Okay, wir können da nicht hin. Wir müssen einfach weiterfahren, Leute. Das müsst ihr dann selber hinbekommen, wenn ihr die Demo spielt oder die Vollversion. Müsst ihr selber rausfinden, was man da kriegt. Vielleicht kriegt man da noch Outfits oder irgendwas, irgendwelche... Was ist das, die man freischaltet? Ja, gehen wir jetzt da hin oder gehen wir da hin? Lass mal da hin. Was? Ah, du... Ah, du... Ah, du... Ah, du... Ah, du... Ah, du... Okay. Ist okay, ja. Das ist nicht nur mit Giraffenstelzen. Das ist auch ungefähr mit 5 Promille. Können wir uns da irgendwo abstützen, bitte? Oh mein Gott. Ja, haben wir. Kein Problem, ich hab's. Ich hab's. Ist das dumm. Ist das dumm. Das ist so dumm. Ich kann nicht mehr. Also es ist ja wirklich ein Fiebertraum hier. Also es ist ja wirklich ein Fiebertraum. Was hab ich denn für eine breite Kau leistet? Äh, was? Ui. 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 Da hätte man, glaube ich, festhängen können. Da in dem Loch gerade. Liebst die Straßen. Oh, oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein. Abgrund. Nein, nein, nein. Okay, wir kriegen's hin. Komm, den säbeln wir einfach weg. Das ist egal. Oh, wir haben's. Also ich glaube, so ein Auto ist eher unpraktisch, oder? Ist eher unpraktisch. Könnt ihr nur so auf mehrspurigen Straßen dann fahren. Man sammelt dann so einen Stau hinter sich automatisch an. Also man würde gehasst werden von allen Menschen. Ei, ei, ei. Okay, let's go. So, weiter geht's. Wie soll das gehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Oh, da hätte ich auch hochgekonnt. Halten zum Schleunigen. Ich kann hier alles aus mir kommen. Oh, das war zu ambitioniert. Kein Problem, Leute. Oh Gott, das ist so. Das ist ja so dumm. Ich lieb's. Ich wollte da hoch. Oh, irgendwie sind meine Arme ein bisschen... Meine Arme, sag ich schon, ne? Das sind Giraffen. Meine, meine komischen Räder sind aus dem Tritt gewesen. Hui. Hahaha. Oh, der Blick auf vom Auto. Oh, das ist toll. Grauenvoll schön gleichzeitig. Ach, guck mal. Ein Schneelevel. Ach, süß, der Bär. Ach, ist das süß. Das ist gemein, ne? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Oh, warte mal. Haben wir jetzt wieder diese Wasser-Dingsies? Eis-Eis-Leggy. Die Mütze auch einfach. Ach so, das ist Eis. Das ist kein Wasser. Das ist Eis. Äh, aber wie rutschig ist es? Ah, es ist sehr rutschig. Ach so, und hier stoppt man aber. Oh mein Gott, hier ist einer eingefroren. Kann ich den befreien? Nee. Oh, die Arme. Was ist das im Stuhl? Oh Gott, ist richtig mühselig. Uff. Alter, ich muss mich in Position bringen. Hui. Oh, jetzt nicht da um die Ecke. Schlingern. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hui. Okay, man ist richtig slow, ne? Achtung, aus dem Weg. Hab ich ihn grad weggekickt? Oh mein Gott. Das ist so richtig Fallgeist-mäßig. Achtung, 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 Achtung. Oh, easy. Bin Profi. Ich glaube, ich sehe mich in Autorennen spielen, Leute. Ich glaube, ich habe da ein verborgenes Talent bei mir entdeckt. Ich glaube aber auch, das ist ungefähr das einzige Autospiel, in dem ich gut wäre. Äh, okay. Das ist eine richtige Burg. No need for snow tires. Hab ich keine? Ich hab... Äh. Warum hab ich... Ich hab gar keine Räder. Aber ich kann einfach... Achso, das ist ja eigentlich ganz simpel, oder? Ui. Oh, 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 ja. Was hab ich da gesammelt? Was bist du? Was bist du? Was warst du? Was bist du? Ich hab irgendwas Cooles gesammelt. Zum Glück ist da die Bande. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Ui. Ich lieb's, wie es so rennt. Miau. Oh. Diese Sounds, die killen mich komplett. Ich bin so witzig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Okay, kein Problem, Leute. Kein Problem. So, jetzt hier hoch. Und jetzt eine Skierabfahrt. Komm schon. Ah, oh, wir müssen da hin. Okay, I did it. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder runter? Oder wie? Oder wie? Oder was? Ja, guck mal, da gibt's... In jedem Level hat man da wahrscheinlich sowas, ne? Ich find das süß, wie man da die Krönchen sieht. Dann kann man direkt sehen, wo man nochmal hin muss. Ui. Die ist da mal reinhüpft. Ich lieb's. Was ist das für ne Map? Natürlich. Natürlich fahre ich auf dem Fahrrad. Was? Das ist aber eins dummer als das andere. Äh. Sieht alles sehr nach Gift aus, was hier so... Wie siehst du? Okay, 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 okay. Ich hab's alles im Griff. Oh, das war smooth bisher. Oh mein Gott. Uh. Ist da eine riesige Möwe? Okay, okay, okay. Und jetzt nochmal reinhüpfen. Ins Ziel. Nice. Oh, jetzt in die Giftlupe rein mit uns. Perfekt. Ich bin richtig verliebt. Was passiert hier jetzt? Ja. Natürlich. Was auch sonst? Na. Äh. Oh, ich hätte beschleunigen sollen, ne? Okay. Okay, okay. Okay, kein Problem. Oh Gott. Hab ich... Hab ich grad die... Hab ich die Möwe gerade zerlegt? Ah. Uh. Hallo. Na? Oh Gott, man ist richtig slow. Man braucht doch die Beschleunigung ein Stück weit. Oh mein Gott. Dieses Quietschen, wenn wir was überfahren. Das macht mich fertig. Das macht mich richtig fertig. Das ist ja voll lieb. Weee. Oh Gott. Aber ich darf's nicht übertreiben. Darf's wirklich nicht übertreiben. Warte. Jetzt müssen wir auf diese Plattform. Und... Oh. Ich hab beinahe vergessen, die Beschleunigung noch rechtzeitig zu drücken. Aus dem Weg. Freunde, aus dem Weg. Ich nehm... Ist es nicht persönlich gemeint. Wie der da Gift hinschüttet. Was ist das denn? Das Gute ist, man kann, wenn man dreht mit dem Ding, kann man relativ gut die Kontrolle da wieder bekommen, ne? Also man kann ganz gut Richtung wechseln damit. So, jetzt gehen wir aber nochmal hier vor. So, jetzt sind wir hier... Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Rein in die Giftsuppe mit dem. Perfekt. Oh, das meine ich jetzt nicht so grandios. Ich hab ein bisschen gebremst so doll, ne? Weiter geht's. Da sind doch voll viele Level. Das ist voll cool. Das als Fahrrad, so... Wisst ihr, das hätte ich gerne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das ist interessant vom Handling. Ah, kein Problem, Leute. Ähm, das hätte ich gerne in echt, dass ich da so drin sitze in so einem riesigen Rad und so würde ich gerne durch den Berliner Verkehr fahren. Das fände ich geil. Das fände ich super. Da so drin liegen. Ah, okay, da kann man, glaube ich, richtig schnell durchdüsen. Guck mal, wie ich sogar so schräg so reingedüßt bin ins Ziel. Ja, war nur eine rote Krone, ist okay. Da ist auch noch eine Möglichkeit. So, rein da. Tippen zum Kicken. Ach, wie witzig. Wir spielen jetzt wirklich. Oh lol, was? Oh mein Gott, wie kick an. Ah! Nein, 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 nein! Konnte ich das nicht! Da ist noch das Ding. Aber nee, wir machen den jetzt rein. Das sind so random Level. Ich liebe sowas. Oh! Herrlich. Einfach herrlich, Leute. So, weiter geht's. Oh mein Gott, da hinten, ich sehe schon Fußbälle. Soccer Cannon? Äh. Ach so, das macht mir meinen Antrieb. Oh mein Gott. Ähm. Das sieht gefährlich aus. Oh Gott, hier ruckelt es ein bisschen. Oh Gott. Haben wir unendlich viele Bälle? Kann der mich nicht hier auch vorkicken? Also, wenn der wieder zurückkommt. Hätte mir... Vielleicht hätte der uns auch Antrieb geben können. Das ist ja das bescheuertste der Welt hier, ne? Ich lieb's ja. Oh. Ach, die können wir auch wegkicken. Aber gut. Ich will da lieber nicht beschleunigt werden, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Oh! Mir wird ein bisschen schlecht fast schon vom Drehen. Das ist das Anstrengste, was wir bisher hatten, würde ich mal sagen. Okay. Yes! Rein ins Ziel. Die Karte haben wir ignoriert. Ja, die Karte musste ich gerade ignorieren. Das konnte ich jetzt nicht. Das ist dann euer Job, alle Karten zu holen. Da ist ein Totenkopf. Das sieht schon mal sehr freundlich aus. Das ist super. Was? K-du-s-tas? Oh! Oh! Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Oh! Ui! Okay, wir müssen gegenarbeiten. Können wir da rüber? Nein. Oh mein Gott, wir fallen. Oh nein! Ich dachte, wir fliegen wenigstens ein bisschen. Okay, das ist sehr wild. Bitte halte mich. Bitte halte mich hier fest. Es ist so gefühlt verschlimmbessert man die ganze Zeit. Ah! 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 Oh, ist das gemein! Oh, dieses Level. Ich hasse es jetzt schon. Ich spüre schon den Hass in mir. Das ist auch so komisch. Man muss irgendwie daran denken, dass man ja so dreht und dann, also in welche Richtung man wie fahren muss, ne? Wild. Guck mal, jetzt muss ich so drehen. Oh mein Gott. Ich glaube, das könnte mit dem Controller ein bisschen smoother sein. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Das hasse ich. Ich hasse alles daran. Ich hasse es. Das hasse ich. Das hasse ich ja richtig doll. Da kriege ich ja richtig. Da kriege ich ja. Das hasse ich ja komplett. Okay, wir müssen das jetzt schaffen. Das macht mich ja sauer. Das macht mich ja richtig sauer gleich. Das macht mich ja richtig sauer. Das macht mich ja richtig sauer. Auch diese Geräuschkulisse da vorne, das macht mich ja, das macht mich ja nur wütend. Das macht mich ja richtig unglücklich. Und dieses Geruckel und dieses Ger... Ah! Das macht mich ja übelst sauer, macht mich das. Ich will da einfach nur hektisch durchjieten. So, warte mal. Wie können wir das lösen? Können wir nicht einfach hier so... So mittig da durch? Da hinten ist noch so eine Rampe. Yes. Okay. Okay, okay. Ich gehe runter. Ich liebe das. Ich liebe es ja komplett. So was liebe ich ja. Ich kann das ja sehr gut. Ich muss mich jetzt selber... Ich kann das ja mega gut. Guck mal, wie smooth ich das kann. Guck mal, man muss ja nur drehen und da muss man ja nur in die Richtung. Das ist ja alles gar kein Problem, Leute. Da muss man ja einfach nur go with the flow. Dann läuft es mal nicht. Dann muss man mal hier rüber und dann muss man da nochmal kicken. Das ist ja gar kein Problem, ist das. Da muss ich ja nur... Dann muss ich ja nur so machen. Dann muss ich ja nur... Muss ich das... Oh, fast. Oh nein. Da bin ich ja leider zurück zur Karte. Wie konnte mir das passieren? Oh nein. Oh nein. Ich... Oh, in die Richtung wollte ich ja gar nicht. Ah, Mensch. Oh, weiter geht's mit Gift. Oh Gott, die Hot Wheels-Anspielung ist sehr fantastisch. Ja, also dieses Spiel macht mich doch wütend. Ich nehme alles zurück. Es ist dumm, witzig, aber es macht mich auch sauer. Es hat definitiv das Potenzial, mich richtig wütend zu machen. Oh mein Gott. Okay, man kann einfach Vollgas geben, glaube ich, die ganze Zeit. Oh mein Gott. Heia, heia. Ah, 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 ah. Wee, hee, wee, hee. Okay. Ja, natürlich ist da das Ding. Okay, da muss man irgendeinen Trickshot machen, ne? Oh, das war so knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, wo landen wir hier? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, Mami. Okay. Ja, ist okay. Wann ist es vorbei? Wann ist es geschafft? Ich habe Angst, dass ich gleich in diese Suppe unten reinfalle. Das sieht nicht so gut aus. Da möchte ich nie reinfallen. Oh, da ist das Ziel. Okay. Haben wir es gleich? Ich glaube, wir haben es gleich. Leute, wir haben es gleich geschafft. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Ja, komm, einfach ganz entspannt locker ins Ziel rein. Fantastisch. Ach, herrlich. Mensch. Ein Auto mit Rädern, ne? Was soll das? Das war viel zu einfach, Leute. Es war einfach ein Auto. Es war ein Auto mit Rädern. So. Rein mit uns da. Bestellung. Kann ich mir in die Hand hacken? Nee. Oh nein, warum? Ach so, dreimal schneiden und viermal schneiden. Ach so, warte mal. Halte zum Mähnen. Zum Schneiden, ne? Eins. Drei. Drei. So. Aha. In sechs Teile. Oh nein, wartet. Nee, nimm ruhig. Oh. Das ist so ein viermal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nein. Wir wollen die Gurke. Sechs Teile. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Geh rüber. Nein. Nein, der geht nicht rüber. Nein, warum nicht? Können wir ihn mit einer anderen, mit einer Gurke oder so? Wir können es nicht. Es hat keine Collision. Wir können es nicht rüberschieben. Okay, wartet. Ich habe ja, ich bin keine gute Köchin, Leute. Wir müssen einfach ein anderes Stück Gurke abschneiden. So. Bitte fall nicht rein. Bitte fall nicht rein. Zum Glück ist es, hat es schon geendet. Okay, gut. Ging es ja auch um Zeit. Cool. So random einfach. Ich liebe diese Random Level. Das ist mein Favorite. Okay. Ähm. Natürlich. Was auch sonst? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Ah. Ach, weil ich es berührt habe. Ach so. Dieser Boost ist sehr schnell leer. Ich sage es euch. Und wir sinken sehr schnell, ne? Ah. 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 Okay. Easy. Hä? Das war doch total einfach. Ich weiß nicht, was ihr habt. Das war doch. War doch richtig einfach, war das doch. Was ist? Ich bin schwimmig. Natürlich. Was auch sonst. Oh. Es geht an den Strand. Yes. Das finde ich gut. Strandtag, Kinder. It's a carp. A carp? Ja, natürlich. Ja klar. Was ist das? Oh. Wir sind ein Fisch auf dem trockenen. Okay. Jetzt geht's. Ja, ja. Kein Problem, Leute. Es wäre so witzig, wenn jetzt hier noch Beeren angeln würden, denen wir dann ausweichen müssen, damit wir nicht geangelt werden. Das wäre auch richtig witzig. Der Flamingo. Oh Gott. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Das ist einfach schön. Pure Freude, Leute. Pure Freude. Ach so. Kleiner Hai. Dim, dim. Dä, dim, dä, dim. Ah, jetzt können wir springen. Au, 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 au. Ui. Oh, nein. Oh, ich hab's. Kein Problem, Leute. Gar kein Problem. Alter, total einfach für mich. Das wäre ja hier nur ein Problem. Oh Gott, da sind Bomben. Sind das so Bomben? Ja, ich glaube, es sind Bomben. Ah. Kein Problem. Nehmt euch in Acht von mir. Ich halte mich da lieber mal fern. Das möchte ich nicht abbekommen da. Ah, da hinten gibt's auch... Ich sehe auch immer so alternative Wege, ne? Hier können wir zum Beispiel rüber. Oh, das könnte knapp werden. Ne, wir haben's. Da hinten. Oh, da war die Karte. Ui. Ui. Was haben wir jetzt? Oh Gott, dieses Spiel, ne? Ich bin wirklich... Ich bin ein bisschen verliebt. Was passiert, wenn wir in diesen Strudel reingehen? Was passiert dann? Wir haben ein Special Level gefunden, glaube ich. Ich wurde über den Wasserfall dort hierher gespült, als ich auf der Suche nach meiner Banane war. Das ist ja sehr einladend hier. Oh, kennt ihr die Referenz? Oh Gott, ist das gut. Wo sind wir hier gelandet? Was ist das für ein Spiel? Das ist wieder so ein Horror Level, oder? Oh nein. Seht ihr die ganzen Bomben? Wie soll das gehen? Wie? Ah, so. Cool. Kleiner Funfact. Die Pfeiltaste von meiner Tastatur ist gerade abgegangen. Ich brauche eine neue... Ich brauche ganz dringend eine neue Tastatur, Leute. Ich sag's euch. Oh nein, nein. Oh, oh. Warte mal. Sind wir frontal rein und dann war die nicht kaputt? Oh, schon wieder ist die ab. Ich kann so nicht arbeiten. Lass die jetzt einfach ab. Okay, nee. So funktioniert's nicht. Das ist voll schwierig, dann wieder loszukapfen, wenn man erst mal irgendwo gegen gekommen ist. Man darf nicht... Man darf nirgendwo gegenkommen. Guck mal, die erste Runde war mit am besten, ne? Das sind ja meine Lieblingslevel hier. Das habe ich jetzt schon mal raus... Und alles mit Totenschädel finde ich ja schon mal grausig, ne? Das ist ja einfach nur... Das ist ja einfach nur schlimm. Ja, komm. Ich liebe's komplett. Liebt ihr's auch? Ich liebe's komplett. Man muss halt irgendwie schlau hier durchkommen. Ah, ja, natürlich. Oh mein Gott. Ups, schade. Leute, ihr müsst das dann selber versuchen. Ganz im Ernst, ich will noch ein paar andere Sachen sehen. Ich muss raus. Ähm, Moment mal. Kann mich der Bär rauslassen? Ich meine, der war auf der Suche nach seiner Bananen hier, ne? Ja, ne, der sagt wieder nur, ich wurde hier hingespült. Komm hier nicht weg. Was ist, wenn ich's fünfmal versuche? Ich würde ihm spät zutrauen, dass man's nur oft genug versuchen muss und dann... Vielleicht auch nicht. Was mach ich denn jetzt? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich muss raus. Ich muss raus, Leute. Ich muss raus. Ah, gesperrt in dem... Ach so, ah, nice. Ich hab's. Entschuldigung, wir gehen einfach da wieder rein. Gar kein Problem. Oh, es ist so witzig. Es ist alles so funny. Guck mal, was wir alles schon geschafft haben. Ach, witzig, auch wenn man da rüberläuft, ne? Wenn das mit den Kronen hier ist. Warte mal, was ist da denn? Sumpf? Ja? Das fühl ich doch. Okay, man muss auch gefühlt alle Level erstmal suchen. Da waren auch kleine Froschis. Oh, lustig. Das ist so ein Froschdings. Das ist so funny. Das ist so funny. Das ist so funny. Nein. Ich wollte zur Seite. Ach, der dreht sich automatisch wieder nach vorne. Das ist das Problem. Der dreht sich automatisch nach vorne. Man muss zur Seite gedrückt halten. Der bleibt nicht in der Richtung. Kein Problem. Dieser Blick von diesem Auto. Das macht mich fertig. Es macht mich wirklich fertig. Auch ein bisschen, ne? Ei, ei, ei. Wir machen weiter, Leute. Also, das läuft ja schon ganz gut. So, ne? Was passiert? Hier können wir noch irgendwas finden? Hier? Ich habe gehört, in der Vollversion gibt es Honig. Man kann ein voll viel Geheimnis entdecken. Hallo. Guck mal, ein Forgo. Das ist so süß. Der kleine Forgo. Auch niedlich. Das ist das Süßeste überhaupt. So. Jetzt sind wir doch gleich wieder da, wo wir auch ungefähr waren, ne? Ja. Oh, was war hier? Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, da würde ich gerne mal gucken. Okay. Hier ist ein Safe. Aber nicht nur einer. Tausende. Ich hörte dauernd so ein Klick-Klack-Geräusch. Muss ein PC-Spieler sein, der es auf Gold abgesehen hat. Ja, und jetzt? Oh. Man kann so viele Sachen entdecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee, jetzt landen wir bei dem nächsten Sching-Level. Kann man da so rüberschweben? Nein, kann man nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier tue. Was mache ich hier eigentlich? Es funktioniert irgendwie, ne? Das Spiel, das ist so... Man hat direkt Bock, diese dummen Sachen zu machen. Das ist sehr fantastisch. Also Leute, spielt diese Demo. Sie ist wirklich schon richtig umfangreich. Ich finde das voll gut. Man hat so eine ganze Welt. Und die haben ja geschrieben, sie haben so das Best-of quasi. So ein kleines... Wie so ein kleines Best-of gemacht. Mit so ein paar coolen Leveln. Die können wir auf jeden Fall schon Spaß haben. Oh nein, das ist wieder ein Turnschädel. Das ist wieder so ein grausiges Level. Wollen wir wetten? Oh nein. Aus Glas? Oh, ich nehme mal lieber... Ich darf, glaube ich, nicht kollidieren. Würde ich jetzt mal so denken, oder? Oh mein Gott, was ist das denn da hinten? Ich glaube, wir brauchen Schwung. Okay, keine Kollision. Wir sind aus Glas. Wir sind aus Glas. Wir sind aus Glas. Keine Kollision. Wir sind aus Glas. Keine Kollision. Kollision. Kann nicht mehr reden. Ich bin viel zu konzentriert darauf, hier nicht zu crashen. Ganz langsam, immer mit der Ruhe. Gar kein Problem. Da ist die Karte. Ja, okay. Wir fahren jetzt erstmal. Ich will hier heil durchkommen. Nee. Dann fahre ich doch einmal in der Mitte durch. Hier können wir doch gar nichts. Können wir doch überhaupt nichts. Haha. Das ist doch ein leichtes für mich. Das ist doch gar kein Problem. Komm, wir nehmen hier Schwung. Schwung nehmen wir. Oh, da ist schon das Ziel. Das war ja total einfach. Oh, jetzt. Guck mal, da. Da wäre es jetzt gecrashed, ne? Man kann bestimmt noch richtig viel Level finden. Wee. Komm, das will ich machen. Eins machen wir noch. Auf jeden Fall machen wir noch eins. Eins geht noch. Was? Honk to start. Honk by the what? Was? Was? Honk to start. Ist es Karaoke? Ach so, Honk. Oh mein Gott. Karaoke-Maschinen. Honk. Honk. Ja. Honk. 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 Und? Bin ich im Recall? Die Level sind so lost teilweise. Das ist ja so lost. Komm, das machen wir noch. Nur noch ein Level, Leute. Nur noch eins. Das ist geil. Oh mein Gott. Ja. Oh. Man sieht aber nicht so viel. Wie gut können wir springen? Ich muss es noch kurz testen. Nicht so hoch. Wir müssen hier vorbeikiten. Oh. Okay, jetzt check ich's. Der zieht so nach. Der kite zieht so nach. Ah. Zieh mich hoch. Oh, man hat mich nicht hochgezogen. Das hat so eine minimalen Verzögerung. Ich mach zur Seite und dann zieht er mich wieder zurück. Aber klar, er gibt Sinn. So, und dann zieht er mich wieder zurück. So, und dann zieht er mich 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 zurück. Kein Problem. Leute, ich bin echte Kalt-Serverin. Sogar kein Problem für mich. Guckt doch mal hier. Als hätte ich nie was anderes gemacht. Aha. 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 Ich weiß nicht, ob wir auch am Land kiten können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat gut funktioniert. Im 100%. Ach so, weil wir hier durch sind. Jetzt kommen wir zu Wunschlisten. Eine kleine Wunschliste. Ein riesiger Schritt für die Autos. Süß. Verstehe ich das richtig, dass es einen Level-Editor gibt? Ich flipp aus. Die Level auf dieser Insel werden von anderen Spielern erstellt. Och süß, ein Entwicklerbär. Ja, also ich würde mal sagen, da gibt es noch einiges in der Demo allein schon zu entdecken. Wenn ihr euch die Demo anschauen wollt, macht das. Die ist natürlich kostenlos. Könnt ihr euch aufs Team runterladen. Da gibt es schon, ich glaube, 33 Level. Ich weiß nicht, ob die ganzen versteckten Level mitgezählt werden. So oder so. Ich finde, man hat eine Menge Spielspaß in der Demo direkt. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Ich würde mal sagen, wir haben bis hierhin einen sehr guten Eindruck vom Spiel bekommen. Ich finde es sehr, sehr funny. Und vor allem finde ich es richtig cool, dass man ein Custom-Level hat. Anscheinend kann man ein Level bauen. Ich liebe das. Ich liebe die Optionen. Und ich vermute mal, dass das wahrscheinlich die schlimmsten und fiesesten Maps werden. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, packt das Spiel auf jeden Fall auf die Wishliste. Das hilft den Teams immer sehr, wenn ihr die Spiele auch wishlistet. Dann werden sie nämlich auf Steam besser gerankt, sobald sie releasen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, auf jeden Fall einen Daumen nach oben zu geben. Und schreibt mir gerne einen Kommentar. Auch wenn es nur so ein kleines Auto-Emoji ist, das würde mir sehr helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.